Jetzt werden wir vom Drachen gemetzelt. Der Drache lauert vor der Tür. Ganz sicher. Ganz sicher. Ach ja. Ich wusste es doch. Jetzt gibt es Auferfresse hier. Nein. Ich hasse es. Uah. Lass mal verstecken. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Nein. Dieser Stab, der alles abzieht. Den habe ich nicht bei. Ah. Aber ich kann mir einen Verbündeten bauen. Na toll. Manchmal schreibt es nicht mehr auf den Favoriten. Toll. Super. Tolle Wurst. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Mädel. Die hat Nerven. Mist. Das werde ich genießen. Boost. Roter. Mist. Das werde ich genießen. Boost. Der ist schon gekillt. Boah. Ist der. Boah. Der ist voll heftig, der Typ, ey. Hol ihn dir, Großer. Boah. Der ist schon wieder tot. Das gibt es auch nicht. Wo ist er? Oh nein. Der fliegt. Das Schwein. Oh nein. Der ist schon wieder tot. Ist das denn wahr? Der ist schon wieder tot. Das ist doch jetzt nicht wahr, ey. Okay. Ich kann die ganze Kacke normal machen, ey. Ich rieche Schmechen. Heiß. Er singh, ey. Ich kann die Kacke normalen. Andere soinne. Mein Name. Nur schade, dass es mir so überhaupt nichts nutzt The Naur can summon a primal dragon Oh Scheiße Hm, wie mache ich denn jetzt? Lade ich das Ganze auf Verdacht nochmal ein? Scheiße, Mann Oh, der Drache, den gibt es nur, weil ich hier ja einen Custom Charakter spiele Ah, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es gerafft Aber damit kann ich mir so einen Drachen rufen Der mich begleitet Verzichte ich auf diesen Geschmack des Todes? Alter Das muss ich jetzt ausprobieren, kurz bevor ich irgendwas anderes mache Conjure primal dragon Ähm Echt jetzt? Äh, nö Ich habe nicht genug Mana Keine Kosten Kosten 200 Und ich habe noch 190 Mana Aha Boah, das war jetzt Ähm Okay, was mache ich jetzt? Scheiße Scheiße Die ist echt gestorben hier, ne? Ah Hm Ich habe Eola getötet Was auch immer sie mir hätte bieten können ist mit ihr gestorben Okay Ähm Ich speichere das hier Und dann kommen wir nochmal raus Ich bin Schweck Hier Woos Rocha Woos Ja komm her, jetzt Okay Okay, okay, okay Oh, Mädel Überrede, Bruder, wäre wohl Lust, dir zu folgen Hat da angenommen Sehr gut, so, dann können wir ja jetzt Äh Kümmern wir uns jetzt um den Ich töte euch an... Äh, warte Der Geschmack des Todes Ah ne, ich muss den Okay 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 Nein! Nein! So! Geht doch mal weg hier, Glaspfeil! Uiuiuiuiui! Oha, schnell weg! Wenn du mit mir couchen willst, Quatsch jetzt! Oh, melee! Ey! Lass ihn doch da hinten! So, komm! Wo ist er denn jetzt? Und er dachte, ich hätte nur ein hübsches Gesicht! Na, der kommt gleich schon wieder! Wir hätten jetzt Zeit zum quatschen, Mädel! Ist das denn wahr? Ah! Wah! Seid ihr bereit für den Tod? Wo ist er? Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Boah! Äh, wo ist denn meine Versteckdings? Was? Ach, hier! Ne! Ja! Boah! Das mache ich doch gerne! So! So! Ein Puster satt vom Geschmack eines leichten Lebens! Bruder Verulus aus Markrad! Gebt ihm dieses Gold! Sagt ihm, ihr braucht Arkais Hilfe, um eine alte Höhle nach Schätzen zu durchsuchen! Und wenn er vor Namira steht, dann wird sie den Rest übernehmen! Alles klar! So machen wir das! Das heißt, wir haben die Quest weiterhin! Und diesen Skill! Nice! Sehr nice! Super! Wow! Na, das hat doch mal gut geklappt! Oh! Alter Schwede! Wir haben diesen Drachen erledigt! Und die Windpippen gereinigt! Und da haben wir noch Arkenthal! Arkenthal! Ich meine, das ist ja Arkenthal! Das machen wir dann gleich! Dann können wir jetzt auch in die Richtung laufen! Äh, ne! Außerdem ist es dunkel! Wir warten jetzt mal ein bisschen! Mal die Wunden versorgen! Na, Primal! Du dampfst noch! Du dampfst noch! Äh, da kommen wir gar nicht lang! Gehen wir da lang! So! Dann ist das auch erledigt! Guter Kampf! Warte mal! Das stört mich aber hier! So! Nein! Zieht das Ding! Hm! Was ein heftiger Kampf! Aber hat Spaß gemacht! Lauf ich in die richtige Richtung? Ich muss nach Norden! Ich muss nach Süden, du Vollhorst! Jetzt kann ich mir... Ah, ich brauche noch 10 Mana als Basis! Dann kann ich mir einen... einen Drachen zur Unterstützung rufen! Wie cool ist der Char denn? Ja, wohl! Die sonstigen Fähigkeiten benutze ich ja auch nicht! Ich kann mich ja auch in... irgendeinen Tiger verwandeln! Oder in irgendeinen... Ja, ein Werwolf bin ich auch! Jetzt bin ich auf dem besten Wege! Echt jetzt! Jetzt werde ich auch noch Kannibale! Braten wir uns gleich erstmal schön, Priesterknusprig! Mhhh! Lecker immer! Ach, echt! Zieh das Schwert, du! Also manchmal... Ich glaube, ich muss nochmal hier das Enfis einschmeißen! Irgendwas stimmt hier manchmal nicht! Boah! So fest zugeschlagen, das hat mich selbst in die Erde gedrückt! Unglaublich! Was haben wir denn hier noch? Halt! Nach dem Kodex von Malakath gehört diese Festung den Orgs! Fremde sind hier unerwünscht! Upsala! Äh... Ich gehe hier wohin ich will! Ich bin nur ein Reisender! Was für ein Ort ist das? Dies ist unsere Festung! Hier können wir leben wie Malakath es wünscht! Weit weg von den neugierigen Augen der Nord! Ihr seid kein Org! Kein Blutsverwandter! Also bleibt draußen! Wir helfen nur unser Eins! Ähm... Wie kann ich euch überzeugen mich reinzulassen? Ach jetzt kommt's wieder! Hm... Wir haben Gerüchte über ein verzaubertes Paar Panzerhandschuhe gehört! Versteckt und beschützt von gefährlichen Menschen, Tieren oder noch Schlimmeren! Sie werden Finger des Meisterschmieds genannt! Bringt sie unserem Häuptling und er wird entscheiden, ob ihr würdig seid, Blutsverwandter der Orgs zu sein! Vielleicht will ich das ja gar nicht! Vielleicht metzele ich euch alle nieder! Ah, ich guck mal! Wir werden sehen! Ich äh... Ich muss hier aber lang! So, Duschnigyal habe ich nämlich jetzt auf der Karte! So, und ich... Umlaufe euch einfach mal, okay? Äh... Ich laufe doch schon wieder falsch! Ey, sag mal, du hast eine Orientierung wie ein Brot, ey! Ne, so! Auf dem Weg nach Arkansas! Arken-Dumps! 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 Achja! Ich hab's doch schon wieder gehört! Hier treiben sich doch schon wieder Banditen rum! Hier treiben sich doch schon wieder Banditen rum! Gut, passiert nicht nochmal! Was immer es war, wir finden es heraus! Und jetzt sind wir hier in Arkansas! In Arken-Dumps! Aber ich finde, das hier ist ein guter Punkt, um diese Session erstmal zu beenden! Und dann... Diese Folge war jetzt nochmal richtig schön reingerumst! Und dann würde ich sagen, erstmal ein Päusken machen! Und dann sehen wir uns bei unserer nächsten Session Skyrim! Na? Also, bis dahin! Ja! 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 Ja!